so wie lange hast du das ticket noch so schön schön hallo kennt man sich Night Talkerin zum 10. September sollte man schon einrichten das können wir bestimmt hin was brauchen wir hier noch schönes hier so ein Tisch guck mal direkten Pluspunkt ach hallo Silke ja vor Gamescom hat es irgendwie nicht so geschafft wie du geschrieben hast so gut ach man das schlupfen geht so auf den Sack machen wir ja ja machen wir dann schreiben wir und dann daten wir uns von Anno ich glaube ich mach mal gleich einen Tee hm hm so 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 woher vorne hm hm ganz so hell wollte ich das Ding nicht haben so vielleicht ein anderer Hintergrund weil jetzt die Holzmitte gefällt mir jetzt gerade nicht so dann enden wir doch mal fix dann enden wir sie doch mal fix beziehungsweise machen wir jetzt wirklich erstmal ganz kurz einen Tee nicht weglaufen ich bin gleich wieder da klein s die das die Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube die bleiben auch also hier diese streben ist ganz okay eigentlich nicht weiter schlimm so und Okay. so ein bisschen in ordnung aus kann man nehmen fehlt auch schon wieder dicke warum ist als lochmann ich hasse es naja egal da soll es so barhocker an ich habe mich einfach die simplen hier sollte reichen das war ein foto davon auf facebook posten fernando so so durch dort jetzt nicht mehr so das fehlt mir oder was meint ihr kann man so nehmen ja vielleicht wünsche anträge um die Bodenfliesen zu halbieren Steuerung und F riechen tut das schon mal gut also der Tee nein nicht in die Tee fallen ganz kurz mal den Beutel hier abtröpfeln jetzt gleich weiter so die große aus Inselparadies welche meinst du jetzt aussehen die Wasserfälle jetzt von den Wandlampen oder was meinst du die meinst du die meinst du die oder was meinst du ja ja Fernando Ah, okay ein kleines bild ich könnte ihn noch draußen platzieren wo ist es jetzt Ruhr so gut hallo Sven Oh, guck mal, da guckt eine Pflanze durch die Wand. Hallo. Ich schmiede ein kleines Stück nach vorne. Was ist so? Äh, da. Die zwei Pixel. Da ist sie weg. Gut.